Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie haben unsere Demokratie noch nicht recht verstanden Chinesische Flöhe, Frau Flambo, eine alte Plage der ungebildeten Schichten Schon eine gutbürgerliche Lebensführung bietet in der Regel ausreichenden Schutz Kein Floh kann so zubeißen, es muss unbedingt ein Vampir gewesen sein Jakob, geh dir bitte die Hände waschen Glauben Sie denn an Vampire, Herr Barone? In der Zarenzeit erzählt man auch solche Geschichten Ach, ich bin schon fast an sie verliebt, Herr Barone Ist der Kapitalist jetzt ein Vampir oder wie? Der echte? Aber Max sagt ja schon explizit, dass der Kapitalist Blut saugt Steigen Sie auf, Herr Barone, wir fahren zum Strand Das Leben muss ganz aus Muße und Liebe bestehen Aus Poesie und Abenteuer, sonst ist es kein Pfifferling wert Im Kapitalismus wird jeder Prolet ausgebeutet Mag sein Und du bist eben doch, du Flambo, Jansen verliebt Mein Name ist Anton Imogentowitsch-Betuschkin Aber man nennt mich Lerushka Weil ich nämlich in Eisensteins Film Oktober die Rolle des Revolutionshelden Leif Trotzki gespielt habe Ich möchte mein Glück in Hollywood versuchen Ein Untertitelung des ZDF, 2020